Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Child of Light mit Dittl und TKB und Dittl konnte wieder nicht leuchten. Also, dann sprechen wir mal. Hallo, Aurora. Ist ein Traum oder ich wage kaum zu fragen. Nein, mein Schatz, ich bin wirklich hier. Ganz nah bei dir. Mein Herz muss sich nicht länger quälen. Es ist wahr. Ich habe dir so viel zu erzählen. Ja, ich bin eine Schönheit geworden. Hauptmann, ich... Mutig hast du die Prinzessin verteidigt. Komm, umarme mich, Bruder. Awo... Finn, du hast dir dem Dunkel gestellt. Jetzt bist du ein Mann, du Held. Margarit, hättest du vielleicht mal Zeit für mich? Ich bin sehr beschäftigt mit allerlei. Oh! Aber mal sehen, vielleicht ist noch ein Termin frei. Man hat die einen Vorbau für eine Maus. Mhm. Um, dass sie auf sich steht. Umbra lauert in der Nähe, erst wenn sie fällt. Ist Lemuria wirklich frei? Los, beginne deinen edlen Zug. Denn Prinzessinnen brauchen eine Burg. Das ist umstritten. Wo fliegen wir geschwind dahin? Darf ich bitten? Ach, Aurora, am Anfang des Spiels war sie noch so süß und klein. Jetzt ist sie eine echt sexy Prinzessin. Eine richtige Dame. So, geht's jetzt zum Endkampf. Würde mich nicht wundern. Wir haben ja eigentlich sonst alles durch. Ja, ich geb's ja noch sowas wie ein Last Dungeon. Schauen wir mal. Round 1, fight! Wir Entdecker erbten die Welt. Lasst sie uns preisen. Prinzessin, willkommen daheim. Erbe auf den Thron. Prinzessin, Unsinn. Ich bin nur Aurora. Lasst euren Hohn. Der Stein ist hier zu Staubs der Fallen. Verweist die alten Hallen. Was einst mal war, ist ein langer Tod. Das Land ist tief gefallen. Die Lemurianer leben noch, trotz all ihrer Mühen. Bist du erst fort, bauen wir es neu auf und lassen es erblühen. Überlassen willst du dieses Land dem gemeinen Pöbel? Wir kämpfen hier Hand in Hand und gegen der Bürger übel. Sie hat recht, das ist größer. Als meine Familie, ich oder sie. Erheben will ich mein Schwert für die Populi. Äh, für die Kategida. Für die Aerostati, die Kapili. Für Jans Lemuria. Gemeinsam kämpfen wir, haha. Ich vollbringe, was Mutter nicht gelangt. Und beende eure Heresie. Dieses Land ist mir untertan. Freiheit gewähre ich ihm nie. In Australien ging es zu meines Giftes krallen. Doch jetzt wird der letzte von Erin fallen. Meine Güte. Sie ist hübsch. Ja, sieht ziemlich cool aus als Monster. Ich muss nicht die Kulus. Ah, hier bin ich. Cool. So, na dann hauen wir gleich mal rein, ne? Ja. Äh, blinde gleich mal den nächsten von denen, Moment. Äh, den hinter ihr? So, dann schauen wir doch mal, ob ich durchkomme. Hoffen wir, sie sind ziemlich fix. Oh ja, die sind echt fix. Äh, Schock kann ja nicht, doch, kannst doch schmettern auf alle. Hm. Ah, Schock auf alle. Ja, das ist sehr lang, ich hätte das was längsameres gemacht. Oh, sie verteidigt. Anderen, 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 anderen. Ah, zu spät. Ja, mal gucken, ob dieser Kampf gewonnen wird. Ah, toll. Jetzt greift sie gleich an. Wieder Beute. Ah, ah, ah. Ach, ach, ach. Na super. Ach, ach. Scharfe Kralle. Ich gewinne nur mit Konter, oder was? Ja. Was schnell ist. Äh, dann blende sie, genau. Ja. Äh, ja. Sehr gut, du kriegst den Angriff durch. So, das andere ist, ne. Wollen wir mal, mach mal wenigstens einen Hieb. Auf einen von denen. Sehr, sehr gut. Verdammt, jetzt ist er noch, uh. Stärker geworden. Oh, ich bin leer. Shit. Den holen. So, die anderen sind jetzt eh dran, aber den kann ich wenigstens noch unterbrechen. Möchte Güte. Tja. Die ist stark. Mit der tust du den Golem jetzt drin lassen, oder du wechselst ihn aus? Ich wechsel ihn gleich aus. Besten gegen Ingoß, oder sowas. Ja. Oder gegen jemanden, der uns mit denen helfen kann. Dass sie dich die ganze Zeit angreifen. Wie tristes, oder, ähm, Gen. Hm? Oh, war es doch ein anderer? Oh, da muss ich doch gerne reinmachen. Genau, war das, was auf der Zeitleiste die Leute zurück sind, davor setzt. Genau, Hemmschuh. Hemmschuh auf alle, bringen ins Feld. Ja, probieren wir's. Ich glaub, das könnte ein bisschen knapp werden. Nein, tut's nicht. Gegen dem. Ah. Sehr gut. Das war klar, dass wir auf Wundfall gegen Licht sind. Und sie kommt an magische Angriffe. Jetzt ist es wieder. Gut, die Kleinen hängen wenigstens schon in den Seilen. So, der da greift als erstes an. Meinst du, du kriegst es hin? Ja, ja, krieg ich hin. Verspotten ist nämlich sehr schnell. Gut, wenn du das nächste Mal handelst, hole ich die nächsten Blumen. Verdammt sind die jetzt stark. Ja. Die ist mächtig. So, was kann sie noch so machen? Die Tourammer. Hemmschuh hat sie jetzt gemacht, so sagen wir mal springen ins Feld. Springen ins Feld ist, glaub ich, für euch, oder? Genau, richtig. Das mach ich auf den... Irgendwie. Hört mir mich jetzt mal drin. Wie? Soll ich heilen? Äh, blende die andere, die andere. Er hat sich selbst geheilt. Wenn du schnelles machst, kannst du sie zurückwerfen. Ja, ich glaub, das sollte reichen. Ja, das reicht auch. So. Hier wechsel ich jetzt ein... Ja, aber Grubella muss rein, die muss den heilen. Und mal heilen, jawohl. So, Heilung. Und... Sehr, sehr gut. Das ist auch sehr gut. Sehr schön, die Kleinen hängen schon in den Seilen. Ja, haben sie vorhin schon getan. Die tun sich voll mit ihren Flügeln schützen, nenne ich hier. Die Blinde. So, ich glaub, ich könnte sie sogar zurücksetzen, wenn's gut läuft. Mach nix, ich will holen. Ja, deswegen, ich mach jetzt eine kleine Überrungplung gegen sie. Ich bin jetzt auf jeden Fall zurückgeworfen. So. Hehe. Die Flamp wieder. Jetzt machst du wieder stärker. Ja, auf den da. Der gut zurückgesetzt. Versuch wieder, dich um die Kleinen zu kümmern. Jep. Aber ich glaub, jetzt muss ich mal wieder meinen verspotten Reset, äh... Ja, mal verteidigen reicht. Ja, verteidige erst mal. So, und Rubella wird ausgewechselt gegen... Wie machen wir jetzt mal einen? Der Golem war ziemlich verletzt, deswegen... Golem war verletzt. So, Robert ist scheiße. Sagen wir's ganz einfach. So, ähm... Ach, jetzt kann Aurora hier ein Licht reinhauen, weil sie jetzt eh... Ja. Weil er jetzt schön verspottet. So, das heißt... Lichtstrahl auf alle. Sehr gut. Hehe, mach nur. Oh, jetzt blende ich noch schnell Umbra. So, und jetzt macht er hier seinen... ...Kategidas-Spalter. Hast du dich rausgesprochen? Ja, endlich mal. Ah, die Esther ist endlich tot. Sehr gut. Oh. Ich geh dich lieber mal heilen. So, ich hab' noch gekontert. Ach du, sie sind gleich dran. Dann, ich bin leer. Mehr kann ich nicht für dich tun. So, aber noch verspotten wie... Erfrischen. So, und das heißt, wir können hier jetzt wieder... ...schön... ...angreifen. Die Musik hier ist auch ziemlich cool. Was meinst du? Die Musik hier ist auch ziemlich cool. Mhm. Sehr gut. Oh, sie geht jetzt auch mit den Seilen. Yeah. Äh, das hat wehgetan. Ich heil dich wieder. Jupp. Bis ich leer bin. Na, kommen wir nicht mal wieder die Blumen zurück. Donnerschlag? Ach, Donnerschlag macht auch sowas wie verlangsamen. Das weiß ich noch. Kann sein. Ich hab mir jetzt nicht alles so genau gemerkt. So, das heißt, wir wechseln hier jetzt auch hier wieder ein. Wechseln mal kurz Rubella rein. Damit sie mal heilt, ja. Ja, am besten Heilung auf alle. Die sind auch ganz schön verletzt. Oh. Endlich, endlich. Was zum, was haben wir jetzt gemacht? Verteidigung. Ah, okay. Und es ist eine Sie. Die Drachen sind alle Sie's gewesen. So. Jetzt kann Aurora wieder rein. Irgendwie Strahl machen. Naja, König in der Nacht, kein Wunder. So, auf einzeln. Und ich kann wieder blenden. Ach, ne, er hat aufgeladen. Jetzt sitzt er das ein. Ah. Ach so, da sind zwei Runden Angriff. Ah, verstehe. So. Hm, ich bin gleich wieder leer. Ah, ob ich die was Schnelles mache. Ach, mal ruhig mal was Schnelles. Ja, es war besser. Ah, hier kannst du wieder einsammeln. Ah, sehr gut. Oh, wir haben gewonnen. Klasse. Seitdem war jetzt nur die erste Phase, oder was? Seitdem, es war die erste Phase. Ich wollte doch nur ein Heim. Irgendwo. Und sei es noch so klein. Du wolltest ein ganzes Königreich. In dieser Welt, im Guten wie im Schlechten, leben wir zusammen, nicht allein. Der Herzog ist tot. Der Flutenwasser steigt. Das Volk auf den fünf Hügeln schreit. Das Ende ist schon prophezeit. Ich brauche Freiwillige, die mir folgen. Machst du Witze? Ich gebe dir's. Ähm. Iiii. Der Vorteil... Äh, der... Wieso iii? Wieso ich iiii? Ich habe kein Wissen. Wie auch immer. Improvisiert. Der Vorteil ist auf deiner Seite. Das wird ein riesengroßer Spaß. War meiner Ehre, voran ich schreite. Kopfüber stürzen wir uns hinein. Genauso soll es sein. Prinzessin, ich bin ganz dein. Folge durch den Spiegel mir geschwind. Und rettet mein Volk vor Flut und Wind. Sechs schlug es am Ostersonntag. Verzweifelt blickten alle dreien. Das Volk kauerte auf fünf Hügeln. Bald würden sie versunken sein. Als eisige Kälte empor schwappte, vermochte Hoffnung nicht mehr viel. Doch plötzlich war Aurora auferstanden, mit einer Scham Kreaturen sehr skurril. Schnurstracks teilte sich die Gruppe und nahezu im Sturm führte Aurora mit ihrer Truppe das Volk hinauf in der Burg Thun. Dort betraten sie einen leeren Saal. An ihren Füßen floss Wasser entlang. Kein Ausweg führte aus dieser Falle. Unvermeidlich schien ihr Untergang. Doch Aurora lächelte schämisch. Erstaunend trat in aller Gesicht. Sie führte sie zu einem Spiegel und schritt hindurch voll Zuversicht. Nur eine Insel blieb von Austria. So groß das Reich auch einstmals war. Mein Volk wallte in Lemuria. Sicher mit einer Zukunft hell und klar. Und so erblühte Lemuria von Neuem. Uns allen war es lieb und teuer. Bald ist die Reihe an dir, Prinzessin. Auszuziehen im Große Abenteuer. Nun, mein Schatz, ist das Feuer erloschen. Finster ist die Nacht, drum sei schön brav. Schließe die Augen, lass los. Entgleite sanft in tiefen Schlaf. Das Ganze war eine Gute-Nacht-Geschichte. Hm. So, mir fällt gerade ein, wir haben vergessen, das Bekenntnis vorzulesen. Ja, ich weiß, wir haben auch nicht alle gefunden. Egal. Aber Austria, das heißt, das Ganze hat in Österreich gespielt. Finde ich gut. Wir können uns ja mal... Das ist also wirklich die reale Welt. Wir können uns ja mal ein bisschen informieren und ich würde sagen, einen Part machen wir dann auf jeden Fall irgendwann demnächst noch, damit wir mal den restlichen Sachen finden. Das willst du wirklich machen? Ja. Eine Art Bonuspart. Und Bekenntnisse, weil wir halt zum Beispiel noch finden und so. Ich glaube, wir haben nicht alle. Ich bin ein Song. So, aber das war das Spiel. Also, mir hat es sehr gut gefallen. Besonders natürlich der Zeichenstil. Und die Musik war Wahnsinn. Oh ja, sehr, sehr schöne Musik. Vor allem, dass der Titelstil die ganze Zeit remixt wurde. Sowas finde ich ja immer ganz klasse. Ein Lied, das sich die ganze Zeit durchzieht und auch so ein schönes. Mhm. Warte mal, die Sängerin, die kenne ich doch. Die kenne ich. Naja, warten wir ab, wenn sie gleich in den Credits auftaucht. Obwohl ja jede Menge Franzosen dran gearbeitet haben. Es ist umi-soft. Also, jetzt ein englisches Lied, ja. Also, ich muss sagen, das Spiel war das Geld wert. Ich hätte sogar noch mehr bezahlt. Das war echt gut. Mhm. Es war... Wie viele Parts haben wir jetzt insgesamt, ab wie viele Minuten? Ähm, ich würde sagen, wir haben locker 40 bis 45 Parts, so auch 15 Minuten. Ja, also die Spielzeit, ja, ja. Es dürften so um die 10 Stunden sein. Mhm. Also, ich habe schon neue Spiele gesehen, die groß angekündigt wurden, viel mehr gekostet haben, die nur ein Drittel der Zeit hatten. Ja. Was eigentlich sehr traurig ist. Wurden die Game Poker als einer der besten Daono-Titel zur Zeit angezeigt. Mhm. So, immer noch die Frage offen. Was war das jetzt für eine Spiegelwelt, die sie betreten haben? Sind sie ja wieder zurückgegangen, nachdem die Flut weg war? Was? Sie sind einfach nach Lemuria gegangen. Ach so. Okay, aber wo haben wir dann die ganze Zeit gekämpft? Ja, in Lemuria. Aurora kam ja gar nicht aus Lemuria. Sie kam aus Austria. Sie sind nach Austria gegangen und haben das Volk von Austria nach Lemuria geführt. Ach so. Ich fand das eigentlich ziemlich eindeutig. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Gut, alles klar. Aber ich wette, manche von unseren Zuschauern haben das nicht so ganz begriffen. Die werden bestimmt fragen. Kommt drauf an. Kannst ja dann nochmal zusammenfassen für sie. Bratislava Symphonie Orchestra, ich habe doch gesagt, die Musik wird von Orchestern gespielt heutzutage. So, und wo ist das Lied? Das wird bestimmt auch gleich gezeigt. Ja, die Sängerin, die kenne ich doch. So, gerade bis jetzt stand noch nicht, wer das Lied gesungen hat. Also kommt das Lied immer so ziemlich am Ende. Ah, die Lokalisation. Oh, ist die deutsche Version. Ich frage mich sowieso, wieso wird bei... Ah gut, okay, die wollen dann nicht großartig rumtricksen, aber müssen wirklich von jedem Land die Übersetzer angezeigt werden, wenn nicht eigentlich nur dein eigenes Land interessiert? Naja, das ist halt PAL-Version. Ja, stimmt auch wieder. Ach ja, Brasilisch. Ja, das ist polugiesisch. Ich will die Deutschen sehen. Lateinamerikanisch. Da. Dieter Pfeil, Stefan Dinger. Christian Harz. Christina Harz. Achso, die Japaner haben das Spiel auch gekriegt. Natürlich. Wie die das wohl mit den Reimen gemacht haben. Keine Ahnung, aber Japaner haben es drauf. Ich weiß nicht, haben sie lauter Haikus da draus gemacht. Gott, es ist auch in vielen Sprachen rausgekommen. Wir hatten es doch gerade von der Lokalisation. Wieso jetzt nochmal? Hm. Qualitätskontrolle, wichtig. Also ich habe keine Bugs im Spiel gefunden. Ja. Da haben wir schon viel Schlimmeres gesehen. Das Lied ist vorbei. Ja, jetzt kommt natürlich das Titel Lied. Oder sowas. Wahrscheinlich. Hören wir mal ein bisschen zu. Hm. Jetzt erkenne ich es noch nicht. Irgendwie muss ich gerade an diesen Mindfuck-Denken von, ähm... Wie ist das Spiel mit dem Musiker? Du meinst Eternal Sonata? Genau, richtig. Dieser Mindfuck, dieses Ergebnis. Wollen wir natürlich jetzt nicht spoilern oder so, aber... Vielleicht machen wir es ja selbst mal als Let's Play. Aber es ist ein merkwürdiges Spiel. Oh ja. Ja, die Auflösung, was alles hinter dieser Welt steckt, in der man unterwegs ist, das ist... Pfff. Aber, ähm, sagen wir es mal so. Dieses Spiel schafft es Musik zu visualisieren. Oh ja. Tja, sollen wir die ganzen Namen vorlesen? Hm. Ansonsten, was sollten wir noch über das Spiel verlieren? Zähl die blauen Punkte. Eins, zwei... Hey, die verschwinden! Das war ja auch ein Witz, ich habe es nicht gesehen. Ist drauf eingefallen. Ja, ich bin drauf eingefallen. Ist das nicht dieser Baum da, die Wiese? Gut, jetzt, wir werden es mal machen, das hinter dem Mikrofon, was, äh, äh, unsere Kinder, unsere zukünftigen Kinder total hassen werden. Wir kuscheln. Da kommt immer, bäh. Tja, kleine Jungs finden kleine Mädchen immer voll eklig, bis sie immer erwachsen sind. Ja. Wie gibt es so viele Jean-François-Fars in Franzosen? Also in Frankreich gucke ich schon wieder Jean-François-Fars. Tja, es gibt ja leider kein Jean-Luc. Denn Littletoll hat einen Narren gefressen, beziehungsweise ist total heiß auf Jean-Luc Picard. Von der USS Enterprise. Eigentlich finde ich ja heiß auf Patrick Stewart. Ja, natürlich, ja. Weil ich auch die Filme mit ihm oft klasse finde. Ach ja, als Professor Xavier? Ja, finde ich ihn auch klasse. Und er hat ein bisschen prima Quootsch abgegeben. Oh ja. Ich glaube, das ist die beste Verfilmung der Weihnachtsgeschichte, die ich je gesehen habe. Ja, das ist meine Lieblingsverfilmung. So, jetzt kommen wir immer wirklich zum Ende, oder? Ja, wir waren schon mein Publisher. Ich weiß nicht, das habe ich total verpasst. Es kam jetzt schon der Song. Nee, ich glaube, die kommen immer ganz am Ende, die Songs. Ah, da ist das Lied wieder. Ah ja. Jetzt könnte man für ihn auf Klavier spielen. Mhm, wird sie auch gemacht. Ich meine, für Leute, die Klavier üben. Stimmt, schwer dürfte es nicht sein. Ich meine, es wurde ja auch auf einer Flöte gespielt. Im Song, äh, im Song. Von dem Spiel. Oh, für Designer. Ob irgendwie Nikulus bei diesen Glühwimmchen dabei ist. Mhm. Irgendwie ist Aurora erwachsen geworden. Ja. Innerhalb von kurzer Zeit. Die wachsen ja so schnell auf. Ja, aber ist es nicht ein ganz schöner Kulturschock? Überleg mal, wenn du als kleines Mädchen plötzlich, puff, 18 geworden wärst. Das wäre komisch, das wäre echt komisch. Von 10 zu 18. Besonders, wow, ich habe Brüste, meine Stimme ist anders, meine Haare sind so lang. Glaubst du da nicht mal einen Film, da wünscht ein 13-jähriges Mädchen sich, das der nächste Tag nie anfangen braucht und das über Nacht älter wird. Und dann wechselt sie in den Körper einer 30-jährigen Frau. Äh, ja, das gab es aber schon mal. Ich denke da nämlich eher an Tom Hanks Big. Ein absolut genialer Film. Erzähl. Wo auch ein Junge sich auf einen Jahrmarkt von so einem alten Automaten wünscht, er wäre gerne erwachsen, weil er halt total gerade gehänselt wird von seiner großen Liebe. Ein Teenager-Schwarm, die eindeutig ein bisschen älter ist und, naja, wie gesagt, auf jeden Fall wird er da total enttäuscht und er wünscht sich, er wäre gerne erwachsen. Und dann macht er am nächsten Morgen auf in seinem Bett und ist ein 30-jähriger Mann. Und das ist Tom Hanks, ja. Und natürlich seine Mutter denkt natürlich so, was haben sie mit meinem Sohn gemacht und er kann es sich erklären und sie verjagt ihn halt und man hat dann auch Vermisstenanzeigungen und so, das ist halt der traurige Teil des Films. Aber er versucht halt, das Erwachsenenleben klarzukommen, versucht irgendwie eine Wohnung zu finden, einen Job und das Beste ist, er fängt dann in einem Spielzeuggeschäft an, weil er halt sich nicht wieder reinversetzen kann. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das hat meine Lieblingsstelle, da kommt er irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie er dann, wie er es schafft, auf jeden Fall kommt er dann zu so einer Vorstandsvorsitzung, äh, Vorstandssitzung, wo sie dann so neue Spielzeug besprechen. Das ist irgendwie so ein Transformer und meint er so, ja, und kann es noch irgendwas? Äh, nein. Weil, sollte er nicht irgendwie so ein Haus sich so einen Roboter verwandeln können? Das ist ja eine gute Idee. Dann macht er richtig schön Kohle und wird erfolgreich. Den Film hast du ja noch gar nicht erzählt. Wie heißt denn der Film? Pig. Achso, Pig einfach nur. Ja. Die Güte, ich werde jetzt werden auch immer länger, weil inzwischen will jeder ein Stück vom Kuchen. Wenn ich jetzt irgendwas von dem Film falsch erzähle, dann tut es mir leid, denn der Film ist jetzt schon älter. Aber ich glaube, weil Lidl ihn noch nicht gesehen hat, werde ich ihn demnächst mal suchen. Gute Idee. Sollen wir dazu auch eine Let's Play-Aufnahme machen? Was? Ne, sowas macht man nicht. Man filmt sich nicht immer Filme an, sie, glaube ich zumindest. Ach ja, was ist mit den schlechtesten Filmen aller Zeiten? Aber da tun sie doch immer bloß vor euren Kommentar machen. Äh, ne, sie hocken sich da rein und kommentieren das mit währenddessen. Achso, hey, cool. Ja, okay, aber das ist was, was im Fernsehen halt gezeigt wird. Ich weiß nicht, ob das im Internet so gut geht, vor allem wegen dem Copy-Wike. Äh, glaube ich auch nicht, dass das so geht. Ja, wir haben schon den Dank. So. Vielen Dank fürs Spielen. Da ist der ganze Special Thanks. Jetzt haben wir den Song garantiert verpasst. Verdammt, wir haben zu viel geredet. Ja, jetzt haben wir zu viel geredet. Naja, was soll's. Könnt ihr danach nochmal gucken, ob er irgendwo aufgetaut ist. Powered by Wi-Fi. Hm, keine Ahnung. 2006 bis 2014. Tja. WDigital. Wow. So, jetzt haben wir den Digitaleffekt gemacht. 5.1. Ah, haben wir nicht gehört. Quartest halt immer. Der letzte Part deines Projekts wird immer der längste. Mhm. Ja, ja, das wissen wir. Jupp, so. Und, passiert jetzt noch was? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Vielleicht gibt's ein New Game Plus. Hm, mal schauen. Roland, Rolos? Ich glaub, dann müssen wir uns mal schlau machen. 1952 bis 2013. Ah. Mir ist, als möchte mein Herz zerbrechen. Königin über ein Reich ist sie nun. Doch vergaß sie mit euch zu sprechen. Sie hat Bedeutenderes zu tun. Sie wacht über Lemuria. Leb wohl, meine Königin Aurora. Sag aus, als ob sie verschwindet. So. Ach, wir dürfen weitermachen. Das, wie Gott, das überrascht mich nicht. Cool. Denn wir, da würde ich sagen, dann lesen wir doch schnell das Bekenntnis vor. Stimmt. Dann machen wir auf. Das machen wir jetzt noch. Ui, das machen wir ein anderes Mal. Ja. Jetzt geht erstmal um das Bekenntnis. Siehst du, uns fehlt noch eins. Ja, da nebendran. Ja. An den Herrn Elme, vertraulich. Draußen tobte ein Sturm, stärker als alle, die ich je erlebt habe. Wassergeister wandeln durch Ströme von Regen und Jammern. Betäubendes Getöse erhält den violetten Himmel über den Ebenen. Ich bin nicht sicher, ob es von Gewitter oder Drachen stammt. Ich habe mich in einer Höhle in Sicherheit gebracht. Meine Kleidung ist nass, aber ich konnte ein Feuer entfachen. Mir bleibt nichts als zu warten. Ich nutze die Zeit, um Waltersers Buch durchzublättern. Folgendes habe ich über Lemuria bereits gelernt. Verlorener Kontinent. Im Internet gefunden. Oh, das ist doch ziemlich aktuell. Durch Spiegel gelangt man dorthin. Nicht sicher, ob man durch Zeit und Raum reist. Magie gibt es wirklich. Oh Mann, ist das zu fassen? So viel für jetzt. Das Feuer erlicht. Welch Abenteuer. Ich hoffe, meinen Eltern geht es gut. Sophie Ashton Ellis. Wir müssen eigentlich mal nach Ashton Ellis suchen. Vielleicht wissen wir dann ein bisschen mehr über Österreich. Keine Ahnung. Tja, aber das klingt so englisch, der Name. Gut, also bis dahin ist es jetzt das erste Mal gewesen. Wir werden wohl noch einen Sonderpart machen, wo wir noch ein paar Sachen suchen. Aber ansonsten war es das erst mal für dieses Projekt. Deswegen sagen wir, vielen Dank, dass ihr uns bis hierhin begleitet habt. Es war ein wirklich schönes Projekt. Und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Projekt wieder mit dabei sein werdet. Das hoffentlich genauso schön wird. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Mein letztes Leuchten. Bis zum nächsten Mal. So.